Straffer Trainingsplan, so hat Cleo Kardashian Für ihren Hammerbody tut sie so einiges. Cleo Kardashian, 38, ist seit einiger Zeit im absoluten Workout-Fieber. Diese Kardashians Berühmtheit trainiert beinahe jeden Tag und macht keinen Hehl daraus. Das vor allem nach dem ganzen Drama um ihren Ex Tristan Domsen, 31, spaut ihre Therapie ist. Dass sie ihren Körper dabei zur Top-Form trainiert hat, ist auch ihren Fans nicht entgangen. Doch was ist ihr geheime Rezept dafür? Im Netz teilt Cleo nun einen Einblick in ihre Fitnessroutine. In ihrer Instagram-Story gibt die 38-Jährige ihren Fans einen kleinen Auszug aus ihrem Trainingsplan, und dieser hat es in sich, neben einem Warm-Up auf dem Laufband stemmt die Beauty auch ordentlich hanteln. Bärengang mit 45 Kilo Zuggewicht, schreibt sie zu einer Übung, bei der sie wie ein Bär auf allen Vieren über den Boden läuft. Eine ganze Stunde zieht Cleo dieses Programm durch, wo der Fokus besonders auf Kraftsport liegt. Im Sommer dieses Jahres äußerten ein paar Fans aber ihre Bedenken, übertreibt es Cleo etwa mit dem Training? Ein Reddit-User schrieb im Netz, ich bin für ein gesundes Körperbewusstsein und dafür, dass man trainiert, um sich am besten zu fühlen. Aber es kommt ein Punkt, an dem es beunruhigend ist. Und ich denke, dieser Zeitpunkt ist gekommen. Anführungszeichen.